...gewischt, huiiiiiii, huiiiiiii Das war's dann wohl mit dir. Und mit uns wahrscheinlich auch. Oder vielleicht auch nicht. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der Endboss, holy shit! Ich hoffe, wir können es besiegen. Pfff, natürlich werden wir es. Haha, wie sei es, uns gehört das Schiff. Was magst du es hier, mein Schiff zu besuchen, indem ich es kackt. So, nochmal, oh no. Erstmal ganz hinten halten, ich weiß nicht mehr ganz genau wie das ging. Jetzt schon proktions wieder. Ach du Scheiße. Das hat währenddessen zugeschlagen. Ja, raffiniert, raffiniert. Ja, mit welchen haben steht es als nächstes? Mit denen hier, alles klar. Mit welchen als nächstes? Oh shit, was jetzt? Sind wir tot? Ich hasse es von hier oben aus zu schießen, es ist einfach so nervig. Aber machbar. Ja, ist doch gut. Mensch, mach mal locker. Ja, mach dich schon mal geschmeidig. So, jetzt bitte loslassen. Dankeschön. Das ist immer so ein... Muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, wenn man so hässlich da hängt. Mit dem Plasma Cutter. Mit dem Plasma Cutter. Kannst du mal deinen Magen offen halten? Auch immer, wenn es eins gab. Aber es war klar, dass es uns einmal drückt. Ich bin nicht tot. LOL. Es hat uns hochgepackt. Halt ich da durch ein Level? Halt ich das Level gebreakt? Es hat uns hochgepackt. Das ist ja mal interessant. Das... Das... Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich will es nochmal probieren. Scheiße, es geht nicht. Oder? Ne, leider nicht. Schade. Ich habe das Spiel gebreakt. Ah, wir müssen ja nicht gleich hier ausflippen, man. Scheiß, zeig den scheiß Bauch. Ja. Zögert das Unausweichliche noch weiter hinaus. So, jetzt break ich das Level nochmal. Geht aber nicht. Ach, scheiße. Warum bin ich runtergegangen? Verdammt. Verdammt noch eins. Ja. Wie weit hätte ich nach vorne gekonnt? Was hätte man da gesehen? Was wäre passiert? Wie weit hätte man gehen können? Das sind alles so meine Fragen. Aber diese Teile ist alle weg. Naja, Freunde. Wir haben es geschafft. That space is finished. Machs gut. Äh, hallo. Machs gut. Lebst du noch? Darf ich mal runter blicken? Ne, das haben sie mit Absicht so programmiert. Alles klar, dass man es nicht kann. Na gut. Liebe Nicole. Du bist weg. Alle meine Insassen sind ebenfalls weg. Wie ich es von Anfang an gesagt habe. Wir sind alleine. Wir bleiben alleine. Wir sind auf uns halt allein gestellt. Auf Ewigkeiten. Da hilft nichts. Da geht nichts. Da hilft nichts. Feierabend. Feierabend wäre es du. Der kräftig stöftig wird sich gut. Der kräftig stöftig ist. Der kräftig stöftig wird sich gut zu tun. Der kräftig wird sich gut zu, um mir zu zeigen. Da ist er nicht genau zu handeln. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich hasse es, wie ich mich am Anfang dort erschrocken habe. Es ist echt übel. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Let's Play Dead Space gefallen. Ja, wir sind fertig. Wir waren doch am Ende nur ein bekloppter Spinner, der immer auf sich alleine gestellt war. Traurig, aber wahr. Das ist echt traurig. Ja, sehr viele nette Sachen, die wir hier bekommen haben. Jetzt kann man New Game Plus starten. Heißt, wir behalten all unsere Sachen. Und, naja. Könnten halt nochmal mit 50.000 halt starten und sowas. Ganz cool. Eigentlich. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und macht's gut. Wir hören uns. Ciao.